Fällt dir eigentlich auf, was um uns herum geschieht? So viele Autopiloten, dass man den Himmel nicht mehr sieht. Ferngesteuert, blind und zauber, ohne Sinn, ohne Verstand. Stehen wir auf der Startbahn und lassen die Träume in der Hand. Wie kann es sein, dass uns das Leben nicht mehr reicht? Wie kann es sein, dass uns das Leben nie erreicht? Wir sind nur Autopiloten, schlecht programmiert. Wir fliegen für immer von Panik zu Panik. An Bord nur Idioten, nichts funktioniert. Auf dem Blindflug von Panik zu Panik. Immer wenn die Sonne aufgeht, dann wird uns das erste Licht. Hier, über den Wolken, das Chaos unten nicht. Auf dem ersten Höhlenflug, der Pool 210. Ohne Durchweg, ohne Logik. Von unseren Träumen nicht zu sehen. Kann es sein, dass uns das Leben nicht mehr reicht? Wie kann es sein, dass uns das Leben nie erreicht? Wir sind nur Autopiloten, schlecht programmiert. Wir fliegen für immer von Panik zu Panik. An Bord nur Idioten, nichts funktioniert. Auf dem Blindflug von Panik zu Panik. Wir sind nur Autopiloten, schlecht programmiert. Wir fliegen für immer von Panik zu Panik. An Bord nur Idioten, nichts funktioniert. Auf dem Blindflug von Panik zu Panik. Für immer von Panik zu Panik. Für immer schlecht programmiert. Für immer von Panik zu Panik. Für immer. Frohes Fest. Bleibt gesund.